Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bayern-Munier-Karriere. Wir sind jetzt schon beim sechsten Pfad angekommen und heute spielen wir das deutsche El Klassico gegen Borussia Dortmund und die Champions League Party gegen A.I. Kartli. Wir werden simulieren gegen SC Freiburg und gegen Fortuna Düsseldorf. Und dann gehen wir auch schon rein in die Simulation gegen Freiburg. Ich denke mal, dass wir in der Champions League, ja und wir gewinnen 2 zu 0. Jetzt schreibt der Vorstand mich an, dass ich gute Arbeit geleistet habe, weil wir viele Verkäufe von mindestens 200 Millionen Euro geschafft haben. Jetzt kommt noch ein Trainingsanhalt und Wagner und Schneider verbessern sich wieder an die Gesamtstärke. Und dann geht es übrigens mit Werner im Sturm auch schon rein in die Champions League Party gegen A.I. Und dann gehen wir auch schon in die Allianz Arena und gehen die Party rein. Und es kann auch schon los werden. Und das ist direkt das Tor nach der Flanke von A.I. Kartli kommt von Werner im Kopf an den Ball und macht es 1 zu 0. Jetzt ist hier A.I. Kartli am Konrad. Jetzt ist hier A.I. Kartli am Konrad. Und er schießt, aber er hat den Ball sicher. Jetzt ist hier Comand wieder ganz frei, ganz vorne. Er schießt, aber er wird geflogen. Ich spiele hier durch auf Werner. Er ist jetzt ganz allein ganz vorne. Schießt aber. Jetzt schicke ich hier Camis auf die Reise. Der ist aber nicht schön gut, deswegen wacht ich auf Gnabry. Und er schießt den Gegenspieler an. Kommt aber noch mal an den Ball. Passt drüber auf Camis. Und er haut ihn in den Winkel. Jetzt schicke ich hier Guretzka. Und er schießt an und durch vorbei. Und jetzt ist auch schon Schluss für die 1. Halbzeit. Wir führen Badin. Und jetzt bekommt Kimmich hier die gelbe Karte. Und ich wechsle Davies für Camis 1. Jetzt wechsle ich Arjen Robben für King Clay Command 1. Und als letzten wechsle ich noch Martínez für Thiago und die Fabi. Alcatel ist ganz vorne. Aber er schießt an dem Pfosten, Manuel. Naja, den 8-3. Nicht 5. Bitte, aber Rob schießt! Der Ball gegenüber ist nicht hoch. Und jetzt ist auch schon Abgriff der Begegnung. Wir gewinnen. Hochverdient 2-0. Und jetzt sind wir auch schon sicher qualifiziert für die UEFA Champions League Achtem Finale. Und wir stehen jetzt auch schon vor El Clásico gegen Borussia Dortmund. Ich tausche noch Martínez für Thiago rein. Und da sind wir auch schon im Signal Tunerberg. Dortmund hier bei dem ersten Eintriff. Im Eintriff mit Shane Tancho. Neuer Held. Jetzt greift hier Dobon wieder an. Und die Flange kommt auf Paco Alcázar. Aber... Hier in Dobon hier wieder nach vorne. Uber Guerrero. Und er schießt. Aber Manuel Neuer. Jetzt ist Dobon hier wieder ganz vorne. Aber ich kann sie sehen. Hey! Aber Manuel Neuer kann sie sehr stark machen. Und da ist der Gegenpreffer. Für einen Fehlpass von Max Kuhlitz. Und ausgehend ist Mario Götzsch. Das ist ganz perfekt. Ich bring Arjen Robben 4,1 in die Karte. Und jetzt ist auch schon Abflug, da ist Max Kuhlitz. Und wir liegen verdient mit 1-0 Hitze. Abflug. Daniel Robben läuft hier nach vorne. Auf Marvin Hitz zieht. Und er schießt rein ins Tor. Ein 1-1 Ausgleich für den FC Bayern München. Und das ist die rote Karte für Karschnavi. Wegen diesem Foul hier. Und ich wechsle Robertson für Alaba ein. Und jetzt ist Abflug der Begegnung. Das Spiel endet 1-1. Und jetzt gibt es hier wieder eine Trainingseinheit. Und jetzt simulieren wir noch gegen Fortuna Züsseldorf. Und das wird ein 3-1 Heimerfolg. Und wir absolvieren noch ein Training, bei dem sich Wagner um eine Gesamtstärke verbessert. Dieser hat jetzt die 61 erreicht. Und das Potential von Wagner sieht sehr gut aus. Das von Hasel geht so. Aber das von Frank Schnell geht auch. In der nächsten Folge spielen wir gegen Benfica Lissabon. Und gegen Ajax Amsterdam. Gegen Nürnberg und Bremen werden wir simulieren. Und dann verabschiede ich mich auch für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und tschau.